Wissen wir, und die Bürger da draußen auch, ja, dass Ihnen das nicht gefällt, das wissen wir, in Berlin regieren zwei Clans, Araber Clans und Bündnis 90 die Grünen, lieber Kollege. Ein hochrangiger BND-Mitarbeiter bezeichnet die organisierte Kriminalität als Staatsform Kosovos. Kosovo ist die Schleuse und das Herkunftsland von Drogen, Zwangsprostitution, Organraub und Menschenhandel in Europa. Und nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, bis heute sind die lokalen Behörden nicht in der Lage, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu sorgen und die Kriminalität einzudämmen. Seit 24 Jahren zahlt Deutschland dem Kosovo außerdem Entwicklungshilfe, die beläuft sich mittlerweile auch.